Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich, ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. So, und damit herzlich willkommen zurück. So, halten Sie Taste 1. Oh Gott. Sehr gut, das war ja äußerst erfolgreich. Ähm. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man deutlich so sitzt. So. Nicht X drücken. Ich bin jetzt bestohlen? Nö. An eurer Stelle würde ich verschwinden, bevor ich wirklich schwitten werde. Was glaubt ihr, was ihr da tut? Hä? Ich verstehe. Ich verstehe das nicht. Okay. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Da. So, wir sind gerade gesucht. Oh Mann. So, okay. Okay. Next try. Okay. Next try. So. 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 Wache, hierher! Taschendiebstahl, das ist doch die Taste hier, oder? Die Taste, die ist schon oben sehr. Warum klappt das nicht? Hier kann man nicht miteinander drücken. Welche jetzt kann ich nicht anvisieren? Äh, okay. Wache, hierher! Ich verstehe das absolut nicht. Ich bin zu doof, um zu klauen. Das ist unfassbar. Also, ich weiß, in der Letzten-Street gab das auch und da habe ich mir teilweise die Tate einfach aus Lagerweile verdient, weil ich dadurch wusste, dass man da dieses Haus bekommt und da easy peasy Geld dran kommt. Also, dieses Anwesen... Oh Gott! Entschuldigung. Ah. Okay. Ich verstehe, dass ich... Zu weit entfernt, um Taschendiebstahl zu begehen. Gehen Sie näher heran. Zu nah für Taschendiebstahl! Zu nah für Taschendiebstahl! So. Äh, drücke ich die falsche Taste? Ich verstehe das absolut gerade nicht. So. Untertauchen. Hab ich jetzt... Hab ich jetzt... Hab ich jetzt eigentlich... Nee. Vielleicht? Du blöder Wichser! So, ich bin, du blöder Wichser. Alter! Alter, wenn der... Wenn der Clown hier weiter so... so... so doof ist, da hab ich keine Ahnung. Gibt's vielleicht irgendwo eine Erklärung? Gibt euch das lokal. Ey, Mann namens ... blablabla blablabla... Okay. Okay. Können wir also nicht schauen. Okay. Kommt, taucht wieder auf. Dankeschön. So, wir gehen jetzt mal hier komplett raus und visieren den jetzt gar nicht an. So. Da müssen wir vielleicht für dieses drücken. Ja, ich lasse dich gleich leben, Arschloch. Ah, ich glaube, ich verstehe es jetzt. Gut, wir haben ja nichts weiter. Wir haben nur die Faust. Okay. So. Lassen sie sich fallen. Gut, okay. Warte, halt. Na, Mann, noch auf die Lage geht's damit. So, gut. Dann rennen wir einfach jetzt so lang. Und wir sind vorbeigerannt. Aber wir müssen wahrscheinlich wieder da hoch. So. Oh. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt. Einer besseren Welt, wo alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Platz zerstören. Ah, der dort oben. Ich sehe, wie er mich anblickt. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrübt. Ich sehe, wie er mich anblickt. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim. Wolf mir nicht. Deutsch, um die Verfahren, ist er zu aktiviert. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt. Einer besseren Welt, der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masjab. Durchschaut seine Lügen. Ich mag, der nicht gestört werden. Okay. Und schlagen sie, um sie zu reden zu bringen. Okay. An einem abgelegenen Ort. Gut. La 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 la. Okay, wir bekommen jetzt quasi so... Später bestimmt so kleine Mini-Missionen, die man so machen kann. Und... Wenn wir damit fertig sind, bekommen wir bestimmt was ganz Tolles. An einem abgelegenen Ort. Lala la la la, ich bin hier durch. So, da ist der abgelegenen Ort. Verstand. Und wenn wir damit upside ... An. Mh ... . Hm. Er Kerne. Alter. Okay. Alter. Okay. Genug, genug. Ich beuge mich. Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Ihr? Jamal. Er hat mir von ihren Plänen erzählt. Bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnis abschnecken. Hui. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, Alter ihr. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Alt schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden? Was nun? Oh mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit neun Namen drauf. Neun Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden. Sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. Neun Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafiq von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen. Er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Hedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Wer weiß, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Gerne nehme ich meine komplette Ausrüstung. Ach, gucke mal. Aber wir kriegen tatsächlich alles. Und sogar noch ein Lebenspunkt. Sehr schön. So, was haben wir denn alles? Ach, hier können wir ja eh nicht. Gut, okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich nach Tü... Tü... Alter, ihr. Mich denkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ich? Okay. So. Okay, wir parieren mal. Komm, hol aus. Komm, 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 komm. Ja. Okay, man muss nicht gedrückt halten, muss ich wissen. Okay, warte mal zu greifen. Drückt die Taste 2 erneut, wenn ihr Schwert den Gegner berührt. Warte, bling. Bling. Okay, Valus. Okay. 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 Kann ich... Ich kann schwere Angriffe machen. Wir haben ihn aber einmal getroffen. Ja, stöhne weiter. Ja, stöhne. Jawohl. Okay. Ihr könnt auch weiter im Kreis gehen. Ah, okay. So, und... Kurzer Angriff, okay. Komm, ich will ja einmal... Drücken Sie die Taste 2, um anzugreifen. Drücken Sie die Taste 2, um anzugreifen. Oh, okay. Alter, wie viel Leben hat denn der? Okay, tun wir mal... Okay, nehmen wir mal Combo-Killen jetzt. Pam. Und Pam. Pam. Und Pam. Okay, Pam. Und Pam. Ah, okay, 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 okay. Ich versuch's doch mal. Ich versuch's... Sorry, ich... Okay, ich versteh. Okay. Okay, ich hab's ein bisschen verstanden, auch wenn's vieles nur Glück war. Okay, Combo-Kill. Gehen wir mal kurz ins Kampf-Training. Okay. Ich versuch's. oh Was ist das für Sieben eigentlich, das hier? Okay. Äh, Tutorial verlassen, wenn es jetzt nichts Neues gibt. Ja. Okay. Gut, öffne ich mich, schaffte mal kurz die Karte. Was haben wir hier? Ah, okay, der alte Mann. Ah, okay, Missionsziel geht raus aus der Stadt. Nein, weh. So. Okay, aber ich würde sagen, nach diesem Kampf hier, würde ich sagen, das war ein angenehmer Part. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.